In dieser Textaufgabe wird folgendes gesagt. Auf einem Seiteninstrument verhält sich die Länge einer Seite antiproportional zu der Frequenz einer Schwingung. Antiproportional, also wissen wir schon mal, dass L gleich irgendeine Konstante mal die Inverse der Frequenz sein muss, wobei F für Frequenz steht. Und dann steht hier noch weiter eine Seite mit einer Länge von 11 Zoll. 11 Zoll ist in diesem Fall unsere Länge, hat eine Frequenz von 400 Schwingungen pro Sekunde. Und 400 Schwingungen ist in diesem Fall unsere Frequenz, unser F. Und dann geht es noch weiter mit, finde die Konstante der Proportionalität und finde dann die Frequenz einer 10 Zoll langen Seite. Hier ist von 11 Zoll die Rede und somit ist dann 11 Zoll. 11 Z ist gleich irgendeine Konstante mal 1 durch F. Und hier ist F gleich 400 Schwingungen pro Sekunde. Also machen wir das mal hier. Mal 1 durch 400 Schwingungen groß S pro Sekunde. Und um jetzt hier die Konstante der Proportionalität herauszufinden, müssen wir beide Seiten mal 400 Schwingungen pro Sekunde multiplizieren. Also multiplizieren wir hier hier mal 400 Schwingungen pro Sekunde. Und auch auf der anderen Seite mal 400 Schwingungen pro Sekunde. Und somit wird die linke Seite zu 400 mal 11. 4 mal 11 ist 44 und somit ist 400 mal 11 4400. Und als Einheit bekommen wir dann Schwingungen mal Zoll pro Sekunde. Das ist dann hier aus S Schwingungen mal Zoll pro Sekunde. Und da sich dann auf der anderen Seite diese beiden Ausdrücke ausschließen, wird dieser Ausdruck hier zu unserer Proportionalitätskonstanten. Und somit können wir sagen, dass hier die Länge gleich 4400 mal S mal Z pro Sekunde mal 1 durch die Frequenz ist. So, und mit Hilfe dieser Gleichung können wir jetzt endlich dann die Frequenz einer 10 Zoll langen Seite herausfinden. Und alles was wir dafür machen müssen, ist als erstes für L 10 Zoll einzusetzen. Also haben wir hier dann eine Situation, wo die Länge unserer Seite 10 Zoll beträgt. Nicht mehr 11 Zoll, sondern 10 Zoll. Und wir finden jetzt die Frequenz heraus, indem wir F auf eine Seite isolieren. Und das machen wir hier, indem wir beide Seiten mal F multiplizieren. Hier auf der linken Seite mal F. Genauso hier auf der rechten Seite. Und was wir als nächstes machen, ist ziemlich simpel. Wir teilen beide Seiten durch 10 Zoll, sodass hier auf der linken Seite dann F übrig bleibt. Und zwar hier durch 10 Zoll. Und dann hier auf der linken Seite auch durch 10 Zoll. Und somit haben wir hier eine Situation, wo sich auf der linken Seite 10 Z durch 10 Z ausschließt. Und somit F stehen bleibt. F ist gleich. Dann bekommen wir 4400 durch 10 ist 440. Dann hier haben wir Z durch Z oben, schließt sich auch gegenseitig aus, sodass hier am Ende dann Schwingung pro Sekunde übrig bleibt. Und 1 geteilt durch F mal F schließt sich auch gegenseitig aus. Da bleibt hier 1 stehen. Und somit bekommen wir eine Frequenz von 440 Schwingungen pro Sekunde. Somit kommt man hier zu dem Schluss, dass wenn man die Länge der Seite verkürzt von 11 Zoll auf 10 Zoll, dann erhöht sich ihre Frequenz wiederum von 400 Schwingungen pro Sekunde auf 440 Schwingungen pro Sekunde. Und dann kommt man hier auf 440 Schwingungen pro Sekunde.